Hallo Leute und willkommen zu einer neuen DLC Vorstellung. Heute geht es mal wieder über das Irgotten Part 2 DLC. Ja und Leute, im ersten Teil hatte ich euch ja die Fahrzeuge, glaube ich, und im zweiten Teil habe ich euch als erstes Brot gefangen, aber halt hauptsächlich die Fahrzeugehunde mit Jung an. Und ja Leute, heute zeige ich euch die zwei neuen Waffen. Es gibt ein Schnappring und eine neue Instrule, die mir an eine Sprutflugte erinnert. Und ja, fangen wir direkt mal los. Also hier kommen wir zur neuen Schrotflinze. Und es ist der Schnappring gibt es in mehreren Designs, was ich euch denn jetzt auch zeigen werde. Und ja, hier seht ihr die ganz viele Design und ja. Ja, ich habe die Waffen natürlich schon. Oder Leute, das war es auch eigentlich schon. Ich lege es noch geile Mucke unter und sag mir, tschau Leute. Ich lege es noch. Ich lege es noch. Hey mama, I'm gone Can't catch a never-see-a-run-away Tell papa, his son Turned out to be a never-see-a-run-away